hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die hat noch den ticket und heute ist das spiel star trek vids command ich habe schon daumen geladen dass sie nicht lange warten muss ich werde das spiel sofort starten dann schauen wir hier was für anmeldungen wir machen müssen aber zustimmen zum spiel und ok klein klein apps das spiel noch ein bisschen herunterladen oder addon erweiterung wie auch immer da bin ich jetzt mal gespannt wie das spiel wird ich habe schon mal was davon gesehen so ein ähnliches spiel von star trek habe ich hier einmal kurz durchklicken star trek fleet command scotty luz r er u Hört ihr die Musik? Warum ist denn hier alles so leise eingestellt? Mikrofon so laut eingestellt So müsste es ein bisschen besser sein Heute ist der 27.01. Mein erstes Spiel dieses Jahr Und dann werde ich die Spiele jetzt so lange weiterführen bis ich endlich meine Drohne gewinne Ich hoffe das dauert nicht so lange Kopfhörer haben hier drei Monate gedauert Ich weiß gerade gar nicht was ich hier drücke Aber jetzt kommt es am Bauen Ich glaube dass wir so ein Spiel Basis aufbauen Und dann kannst du andere Basen angreifen Da ist eine Basis glaube ich Heimat Du hast ja mal Dirk Du bistristig Du bistristig Du bistristig Du bistristig Du bistristig Du kannst du aus Angriff ins Fürster Du bist Du bist Du bist Ja, das war's. Sacknapul macht immer Spaß. Ach, kann ich gar nicht kaufen. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Na gut. Na gut, 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 na gut, na gut. Na gut, na gut, na gut, na gut. Na gut, na gut, na gut, na gut, na gut. Na gut, na gut, na gut, na gut. Na gut, na gut, na gut. Oh, Akrimi, Level 2 Und Akademie Level 3 Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt so richtig ist, was ich hier mache, aber es gefällt mir. Angriff Ok Muss man hier auf GAU drücken, dann kommt man dahin, was man machen muss. Spiel jetzt auch geschafft. Akademie Level 4 Dann setze ich den nochmal hier schnell. Ah, ist gratis, Mist. Auch gratis. Also 5 Minuten ist gratis. Dann mache ich nochmal schnell hier die ganzen gratis-Teile weg. 5 Minuten. Da brauche ich Unterstützung, Forschung. Das kommt mir so ein bisschen bekannt vor von einem Spiel. Welches war denn das gewesen? Das hier kommt mir bekannt vor. Das war hier mit Maschinentürmen und sowas. Und wenn man das zu schauen hätte, dann geht das mal runter hier. Nein Dann geht es. Dann geht es. Dann gehts. Dann geht es. Dann geht es. 4 Sekunden noch einen Angriff machen gewonnen ja gut ich würde mal sagen das war es für heute ich hole jetzt mein Ticket ab mein Ticket wo ist es wo ist es einlösen zack und mein erstes Ticket abgeholt sechs Stunden hätte ich noch Zeit gehabt naja gut das war es für heute danke fürs Zuschauen ich würde mich freuen wenn du beim nächsten Mal wieder bis dann viel Spaß und auf Wiedersehen ciao 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 ciao